Liebe Wetzikerinnen, liebe Wetziker, Corona hat unser Zusammenleben stark geprägt. Die einen können im Lockdown durchaus etwas Positives abgewinnen, den anderen gehen die Massnahmen zu weit. Über Pro und Contra wollen wir mit Ihnen reden. Wir vom Aktionsbündnis Aargau Zürich laden Sie am 7. September im Kronensaal in Wetziker zu einer Podiumsdiskussion mit Christian Labhart, Bigi Obrist von Wetziker, Josef Ender von der Urkantone und David Drachsel von der jungen SVPI. Wir freuen uns, die längst fällige Debatte mit diesen interessanten Rednern gemeinsam mit Ihnen zu starten. Die Uröffnung ist am 4.07 Uhr und für diejenigen, die nicht live hier vor Ort sein können, wird das Ganze übertragen auf wetzikertv.ch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017